und go to sleep go to sleep Parkleiter blutet zu tun ich habe nicht verlieben bleiben die Produkte das ist ein Jahr die Klinik immer wieder aus letzter Konzert den zweiten Schlag die Ecke auch jetzt gibt's die Kicks und was ist den Kiel oh mein Gott gegen den Kopf! Oh Gott, ein Ball! Und er ist Toast! Ah, Leicester Konten! Leicester Konten mit einem nie gegen den Kopf! Oh, nochmal zu... äh... Wecker hauen hat Flo... äh... hat Flo... Oh! Und er tippt! Den Springboard! F50, F50! Mein Lieblingswrestler, das ist Wendy Orton und danach kommt Kevin Owens. Da er, wenn die Orton gerade verletzt ist, Kevin Owens auf dem Top... Äh... Hi! Können Sie... Oh, Angleslam! Wunderschön gemacht! Äh... okay... Flo... geht jetzt schon... wieder... auf die... oder? war schon auf der topo keine ahnung aber er zeigte das geteilt die peter mal auf jetzt will er es bänden mit dem fehlmesser wie bände er es jetzt es kostet ab oder gott lieben der kopf soll zeigen geht es durch elbow in den marken und besser auch wieder die zuplexe äh äh zum zuplex reihe also eigentlich schon fünf sechs german zuplexes in diesem match schon ooooh aber war war es geht nicht nur bis 2 so fortgeschritten o der schlager zu projekten die soviel und so ist zugeschickt und freut sich einfach aus lässt er jedoch mit raus der wettbewerb zählt an Flo geht wieder rein, Lesnar auch Oh, Flo schlägt daneben Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Das ist natürlich krass Oh, Lesnar Hat der mich in der Street of Row Position mit dem Fuß einfach nur die Kehle zerdrückt Und, Ty Oh, Kick-Out Flo bekommt keine Luft mehr Nachdem Lesnar ihm die Kehle zerdrückt hat Und im letzten Moment atmet der nochmal auf Irgendwie, oh, schön, wunderschön Ein Roller, oh, zwei Bucket, zwei Bucket One, two Oh, Kick-Out Kick-Out Oh, du mein Gott, das war mal von Lesnar Wunderschön Oh, nee, nee Noch mal ein, äh, Snap mehr Headlock Ah Fuck, Lesnar hat einen Headlock Oh, Flo Flo mit zwei Elbos Befreit er sich draus Oh, ein Security Find ich vielleicht ein Walden Rumble machen Kann sie Oh, was meinst du? Oh, fasse nie Die, was ein Nie Oh, oh, jetzt kommt der zweite Package Falle, aber wenn es jetzt nicht vorbei ist, dann weiß ich auch nicht mehr Und der kommt halt auch mal der Kopf um Was läuft mit dem Jungenfalt Was läuft mit dem Jungenfalt Oh, fass die Kick, fass ein Kick nochmal gegen Schläfer Okay, äh Gleich ist der Wall Rumble, aber ich glaube, ich hab, ich steh nicht im Wall Rumble, weil ich hier wohl schon finden bin Äh, dann kann ich, ich kann auch gleich Exhibition machen und dann machen wir Wall Rumble Weil es ja gestern nicht so ganz gut funktioniert Ja, Tatum, Superkick Und Superkick Oh Oh Noch da Nee, NcGui geht nicht durch Oh nein, nein Brock Lesnar, hilft dir doch F5 F5 B Oh, ich kann nicht mehr rauskommen Äh, da konnte ich nicht mehr rauskommen Oh, steh mit F5 Oh, ich komm für die Interessanz Oh, Brock Lesnar, bitte ich mir die Hand Oh, die Schuhe ist so auf einen Litel Oh, was ein Heal, was ein Heal, und die haben ewige Nummer 1, ja, zurecht, das war ein Match, holy shit, oh, was ein Heal-Aktion, Brock Lesnar will nach dem Match praktisch so als Geste, dass er, dass ich mir den Respekt von ihm erarbeitet habe, will er mir die Hand geben, und ich verpasse ihm einfach nur ein Low Blow. Äh, ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert, ähm, dass du Moderator bist, ich hab keine Ahnung von dem Twitch-Zeug, wenn du es überschreibst, wie das funktioniert, dann werden, ich hab da nichts dagegen. So, wir stehen im Co-Main-Event, soll ich jetzt den Titelkampf machen, oder soll ich den Royal Rumble machen, schreibt's mal rein, ähm, was ihr jetzt sehen wollt, also Royal Rumble im Exhibition-Modus, oder hier den Pay-Per-View, aber da ist kein Royal Rumble. Okay, Okay, Wall Rumble, Äh, okay, dann mach ich, wenn niemand was dagegen hat, mach ich jetzt den Royal Rumble, Exhibition-Modus. Okay, dann geh ich jetzt mal aus. Luka, boah. So. Mit wem soll ich denn spielen? Soll ich als Nummer 1 kommen? Und, mit wem? Oder soll ich es zufällig machen, oder? Mir ist egal. Ich hab hier auch paar Wessler, zum Beispiel, keine Ahnung, ich hab hier auch paar, paar, paar erstellte. Du musst in den Chat, äh, schreiben, Mod und den Namen. Einfach Mod und Namen reinschreiben. Sinkara soll ich nehmen? Zufällig, oder? Als 1 oder 2. Okay, dann nehme ich Sinkara. Sinkara. 1 oder 3. Äh, okay, und zufällig. Alles klar. Wir gucken uns nicht die Teilnehmer an, und ich würd sagen, los geht's. So, auf wen tippt ihr, wer die Nummer 1 und die Nummer 2, äh, ja, und die Nummer 2 ist? Ich tippe einfach mal auf... Ich tippe, hm, keine Ahnung, Daniel Bryan und, äh, Enzo Mohren. Und das ist ein Royal Rumble Match. Und will advance to the main event at WrestleMania. ja bin ich nur meint und nicht nur eins wieso bei gott ja So, wir wollen uns nicht gucken, wer ist die Nummer 2? Seth Rollins, ist die Nummer 2? Okay. Ja, ich habe es gerade probiert. Ja, toll. Was geht's? Gegen Seth Rollins. Oh, ja, sie tackt. Von Shield. Äh. Warte, äh. Hast du schon? Was Erfahrung. Oh, was ein Job. Oh, ich bin abmackt. Oh, White Pullman kommt. White Pullman. Der frugte aus der Attitude Hour. Leider schon verstorben. Oh, den Charer. Schön. Ich dachte, hier konnte. Ja, ich sass jetzt hier ein Handicap Match. Mike. White Pullman. Mit dem Washington Luck Suite. Oh, White Pullman. Oh, White Pullman. Oh, White Pullman. You can hear it in the crowd's reaction. Seth Rollins will find a way to win the match. His physical skills, striking ability. Äh. Ich habe mich von der ich da runtergeladen habe. Dolenz probiert mich nicht wieder rauszauern. Aber ich verinnerst. Und jetzt geht's. Oh, was ein schöner Typ Flex. Was macht White Pullman? Oh, was ein Gab-Buster. Was ein Gab-Buster. Was ein Gab-Buster. Ah, jetzt will er mir den Nacken verdrehen. die ihn 8 Sekunden auf die Nummer 5 Schlagskotten Jey Rousseau kommt einer ein Rousseau Riesse ich finde es wohl Das ist ein bisschen schade.